So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Lego Jurassic World Magazin Nummer 31 für 5 Euro. Ja, was gibt es für die 5 Euro? Natürlich das Magazin, die limitierte Karte für alle Booster-Freund-Sammler, der Lego Jurassic World Serie, die LE21. Dann natürlich mal wieder den Ranger, der praktisch immer dabei ist, aber immer mit ein anderes Fahrzeug. Mal mit einem Hubschrauber, Helikopter, Drohne, Jeep, Banging und diesmal mit so einem Speedboot fürs Wasser. Aber wieder ein süßer kleiner Dino dabei. Ja, ich habe sie wirklich in allen Farben. Aber nichtsdestotrotz ist das hier das Magazin, wo ich jetzt erstmal, dass die Seiten nicht so klebe, wenn ich sie aufklappe. So, jetzt blättern wir natürlich in das Magazin erstmal drinnen herum. Ah, es ist doch alles für das Kleber, aber egal. So, dann beginnt natürlich der Rätsel-Spaß und dann bekommt die Comic-Beilage. Scheint diesmal richtig, ihr seht es selbst, spannend zu sein. Das mag ich ja, wenn so eine Seite nur zwei, drei Bilder sind, schön groß gezeichnet. Ja, hier, das hat doch was. Ein Poster, zwei Seiten. Ja, und Ja, Ob man es haben müsste, schreibt immer in die Kommentare. So, dann natürlich hier. Das Jahresabo könnt ihr natürlich fix machen. Der Dino aus Lego, coole Farbe. Kann man was mit anfangen? Ehrlich, coole Farbe. Muss man echt lassen. Ja, die gebaubaren Legos, die finde ich nicht so interessant, aber das wisst ihr ja. Aber ein schönes Diaramen ist es trotzdem. Rätsel, Comic, 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 witzig, Comic auf Seite 31 zu Ende. Dann die Bauanleitung, dann die Bauanleitung, Rätsel-Spaß und was haben wir nächstes Mal drin? Ah, da ist er wieder wie so eine kleine Flugmaschine. Aber endlich war wieder ein neuer Anzug an, hellgrün, dunkelgrün. Aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich jetzt. Ah, das klebt alles so. Ne, ich mach. So, kann ich jetzt herstellen. Das Mini-Tütchen ist Papier auf und zu machen. Ihr wisst, das feiere ich immer ab. Habe ich damals schon immer abgefeiert, als sie noch nicht aus Papier war. So, natürlich jetzt erstmal zur Mini-Figur. Das ist der klassische Ranger, der eigentlich so immer dabei ist. Aber auch hier zählt ja. Ich werde natürlich irgendwas von Lego Jurassic World unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. So, das ist diesmal der Ranger, der in das Magazin war. Und mal wieder ein kleiner grüner. Ja, so hellgrün. Rex. Na. Auch wieder mit so einer roten Streifen. Hat er diesmal rote Streifen. Aber trotzdem cool. So, jetzt kommen wir zu schnell fix. Speedport. So, nach unten hin. Ein bisschen drauf. Umdrehen. So. Der Runde kommt hier außen. Dann wieder umdrehen. Umdrehen. Der blaue davor. Zack. Propeller hinten dran. Die zwei. Kommen hier hin. Einmal. Zweimal. Zweimal. Und der blaue. Und der blaue vorne dran. Dann geht es weiter. Diese Spitze oder Endstück. Na. Willst du nicht? Was ist denn jetzt los? Willst du nicht? Dann ist der doch falsch. Nee, der ist nicht falsch. Nee, der ist nicht falsch. Willst du? Ach. Ach. So. Man muss sich nur ein bisschen besser anstellen. Dann geht es weiter. So, so. Hm. Ach, so sollte es sein. So, diese Zeile. Dies oben drauf. Einmal gelber. Dann gelber hin. Das Ganze zweimal. Zack. Zack. Und zack. Dann kommt das. So ist es. Und der als Befestigung dient er. Ja. So, dann sind keine Steine mehr über. Jetzt hätte ich gefunden, dass hier vorne noch was drauf ist. Auf diese einen Steine. Sonst hätten die eine glatte Platte machen können. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Aber der Ranger. Der fährt ja immer mit dem. Ups. Stabil ist was anderes. Aber. Sieht trotzdem witzig aus. Oder was meint ihr? Wie findet ihr den? Was haltet ihr davon? Habt ihr ihn selber schon? Oder wollt ihr euch den noch holen? Schreibt das alles in die Kommentare. Aber nichtsdestotrotz. Ist das nun das neueste Lego Jurassic World Magazin. Nummer 31. Ist nicht schlecht. Ich packe es jetzt wieder rein. Mit die limitierte Karte. Aber ich verlinke euch natürlich irgendetwas von Lego Jurassic World unter das Video. Sicher, bequem und günstig. Auf jeden Fall. Ich wollte aber was für meine schwachsinnigen Videos haben. Deswegen habe ich davon gleich drei Stücke geholt. Ich weiß nicht warum. Letzte Zeit habe ich so ein... Geht was in meinem Kopf drinne vor. Dann hole ich es. Nein, ich habe zweimal meine bessere Hälfte. Einmal dazu. Deswegen besitze ich jetzt drei. Aber nichtsdestotrotz eure Meinung, eure Kommentare jetzt. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.